Prinz George hat ein neues Hobby entdeckt. Der kleine Royal begeistert sich jetzt fürs Tauchen. Diese Neuigkeit verriet Prinz William beim Besuch des Bertley Community Pool. Dort traf er die olympischen Schwimmer Adam Peaty und Tom Dean. Er sagte gegenüber dem Magazin Hello, wir haben ihn mit unter Wasser genommen und dachten, er würde vielleicht Angst bekommen. Aber er liebt es absolut, schwärmte William weiter. Offenbar hat George die Leidenschaft fürs Wasser von seinen Eltern geerbt. Prinz William war zu Studienzeiten als Wasserballspieler aktiv. Herzogin Kate liebt das Kaltwasserschwimmen als Fitness-Hobby. Bei ihrer Karibiktour 2022 entdeckten William und Kate das Tauchen für sich. Jetzt teilt auch George dieses Interesse mit seinen Eltern. Doch das ist nicht alles. George zeigt sich vielseitig interessiert. Laut der Zeitung The Sun absolvierte er kürzlich seinen ersten Flugunterricht. Am Berkshire Flugplatz durfte er sogar selbst ans Steuer. Damit setzt er die fliegerische Tradition der Royals fort. Prinz William diente früher als Hubschrauberpilot in der Royal Air Force. Die Eltern möchten George behutsam auf seine zukünftigen Aufgaben vorbereiten. Sie führen ihn nach und nach an Dinge heran, damit er nicht erschrickt, erklärt Royal-Experte Robert Jobson. Ob unter Wasser oder in der Luft, Prinz George liebt neue Herausforderungen. Sie führen ihn nach und nach und nach. Sie führen ihn nach und nach.